Skadi komm ran, wir müssen in die Mine. We are out of everything we ever had. We are out of everything we ever had. Die Early Access Version stellt nicht die endgültige Qualität dar. Ja, wenn das Spiel released, hat es nämlich auch eine Photorealistic Grafik. Da ist dann der Comics-Deal weg. Dann haben wir quasi, ja, real life, weißt du. Habt ihr schon gewusst, dass GTA 6 Videos geleakt wurden? Irgend so ein Hacker ist an ganz viele GTA 6 Gameplay Videos gekommen. Das heißt, GTA 6 wird definitiv kommen. Die wurden auch für echt bestätigt, weil die Videos rechtlich wieder... Also Rockstar hat die Videos alles sperren lassen. Und um Videos aus dem Internet sperren zu lassen, braucht man die Rechte an den Videos. Das heißt, dass das echt ist. Das ist schon krass. Das heißt, GTA 6, Leute. Irgendwann wird's kommen. Oh, 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 ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Du bist doch ein Stück Scheiße, Alter. Du bist doch ein Stück Scheiße. Ehrlich? Wollen wir den nicht erschießen? Das Ding ist, du bist halt immer so im Trott, bis du den angreist... Ach, Mann, das ärgert mich jetzt, Schmiede. Ist hier ein Fass irgendwo... Ich würde jetzt am liebsten ein Fass aufmachen. So, wir müssen noch bedenken, wir brauchen auch Craft... 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 Craft irgendwas? Craft Dracula? Guck mal, da haben wir jetzt einmal Graphit bekommen, ne? Wir müssen uns, glaub ich, einfach nur hier so durchbuddeln. Ist das... Wenn ich jetzt hier einmal reinbuddeln... Zwei... Hier kriegen wir Schwefel. Nickelerz Graphit. Vielleicht müssen wir uns auch einfach nur hier so ein bisschen durchprügeln. Oh, was ist denn das hier eigentlich? Ist komplett anders aus sehender Boden. Dann kriegen wir auch Graphit und alles klar. So, let's go deeper. Deeper and deeper. I play my Sweeper. Deeper and deeper. I know the Reaper. I defeat the Reaper. In... Subnautica. I... Defeat... The Reaper in Subnautica. And I owe it up to you. So, da sind wir quasi schon fast durch. Ich glaube, ich nehme noch draußen die ganzen Graphit-Dinger weg. Nein, mit Pimpin, äh, geht da nicht furcht. Scheiße. Das ist aber auch ein bisschen blöd. Warum nicht? Macht das Sinn? Find ich jetzt nicht so cool. Find ich uncool. So, ich mach noch ein paar. Die wollten ja hier wieder so geheime Räume reinpatchen mit dem Update, was wir ja schon haben. Haben die ja nicht gemacht. Aber anscheinend haben die stattdessen den Dude hier reingepatcht. Den du jetzt hier töten kannst. Damit wenigstens irgendwas hier drin ist. Damit die nicht nichts liefern. An sich macht ja gar keinen Sinn. Eine Ratte, die aus so einem Erz rauskommt, die wir dann töten können für noch mehr Erz. Weiß ich nicht. Viel Sinn macht er meines Erachtens noch nicht. Aber egal. Man freut sich trotzdem, dass es ihn gibt. So, komm. Die letzten Blöcke, die wir abbauen. Jetzt machen wir noch draußen ein bisschen die Steine, um an Grafit zu kommen. Gibt's ja doch schon mal das ein oder andere Grafitchen. Reite los, Gutschat. Reite. Als gäbe es kein Morgen mehr. Stopp. Es gibt kein Morgen mehr. Ich will einfach immer Pongseniden rausbekommen. Drei Grafit. Bei Lapis Lazuli, kriegen wir nur Lapis raus? Oder kriegen wir da auch Grafit? Nee, ne? Auf jeden Fall Bronze. Krass. Da gibt's halt nur Lapis Lazuli. Alles da. Ja, muss man ja mal ausprobiert haben. Was? Was war das? Oh, guck mal, wie viele Level-Ups wir haben. Wo habe ich denn jetzt hier noch Level-Ups? Hier haben wir ein Level-Up. Würde ich mal sagen, hier den nächsten reinstecken. Jetzt haben wir nur noch drei. Für das da. Hier haben wir, glaube ich, alles gelernt, was geht. Da haben wir einfach auch schon wieder zwei Level-Ups. Hier haben wir auch zwei Level-Ups. Hier haben wir drei Level-Ups. Ah, das ist schwierig. Was war das? Achso, da. Der Donnen-Kaktus. So, den hat Holz-Baum, den großen Totholz-Dings-Dude. Hier machen wir auch noch Dreck mit. Boah, braucht der Ewigkeiten? Ich will ne Kettensäge, ne Motor-Säge haben. Neee, mene, 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 mene. Einfach durchlatzen. So, and the last one. Let's go home. 19.40. Ich hab so gerne immer alle Aufgaben gleichzeitig abgearbeitet. Wir haben verdammt viele gemacht, tatsächlich. Aber ich glaube, die schaffen wir nicht mehr, ne? Wir müssen ja jetzt auch noch herstellen. Die schaffen wir nicht. Bis die fertig sind, seh ich nicht, dass wir das schaffen. So, Headset erstmal richten. Mikrofon richten. Gutschnitt hinrichten. Der Sandsturm. Geht ihm auf den Sack. Ist das dann ein Grafikfehler? Was ist das? Achso, das ist unser... Hm, ist das ein Grafikfehler? Das ist unser Blueprint, Alter. Witzig ist spritzig. So, dann hätten wir das schon mal. Kunststoff haben wir auch. Die haben wir auch, die Hartolz-Dielen. Bronzestangen haben wir auch. Fertig, geil. Sehr schön. So, warte mal. Jetzt brauchen wir noch die Eisenplatten. Stahlstangen... Verstärktes Glas haben wir. Ich nehm das mal mit ins Inventar rein. Damit wir das auch besser sehen können. Das ist der genau. Aufteilen. So, die 10 haben wir auch. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch... Oh, Kunststoffrohre brauchen wir noch. Ähm... Kunststoffrohre. Die haben wir gerade erst gefunden gehabt. Wann ist die? Ne, sind die Gummischläuche. Wieviel? Fünf Stück, ne? Da waren sie glaube ich. Ja. So, ich glaube fünf Stück. Ich weiß, wir müssen... Wir müssen die nicht ins Inventar nehmen. Ich mach's trotzdem. Oh. Ich mach's trotzdem. Damit ich einfach die bessere Übersicht hab. Äh, Hartholzdielen. Wie viel? 20 Hartholzdielen. Junge, bist du krank im Schädel, Anna. Oha! Was brauchen wir noch dafür? Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wir brauchen nur noch die, äh, Eisenplatten. Ja, und das ist halt jetzt schwierig, ne? Mit den Eisenplatten. Da ist, äh... Ich bin aber auch ein bisschen lost. Ich hätte schon längst den Auftrag geben können. Habe ich auch vergessen. Drei. Schauen wir aber heute, glaub ich, nicht mehr. Ah, bestärktes Glas. Drei. Drei. Vier. Ist mir egal. Maximum. Oh, guck mal, wir haben ja... Ja, komm, ganz ehrlich, dann guck ich, dass ich das voll krieg hier, ne? So. Ich wollte erst mal gucken, dass ich auch überall produziere, ne gewisse Menge. Aber das sieht so aus, als würden wir das komplett vollkriegen. Ah ne, okay, da ist Grafit alle. Hier haben wir noch genug Wasser drinnen im Tank. Jo. Noch genug Flüssigkeit. Wir sind von Dehydration geschützt. Haben wir auch noch mehr jetzt genug. Oh, langsam geht mein Dreck alle. Müssen gucken, dass wir wieder an Dreck kommen. Ganz viel Gummi. Ohne Gummi geht nix, Leute. Macht niemals ohne Gummi. Sorgt immer dafür, dass ihr ganz viel Vorrat von Gummi habt. Weil halt sehr viele, sehr viele Quests mit Gummi kommen. Weiß nicht, was ihr gerade gedacht habt, aber... Das ist meine Message. To you. Das ist meine Message. To you. 14 Stück. Zwei kaputte... Wollen wir die noch machen? Komm, wir brauchen kein Eisnerz sonst. Ja, was können wir mal vorproduzieren? Hier haben wir noch 35 Stück von, das geht noch vollkommen klar. Hier können wir mal wieder Kupferdraht produzieren. Kupferzahnräder haben wir auch nicht mehr so viele. Können wir auch mal wieder einen Zwölfer machen. Ah du, Nähmaschine ist sehr uninteressant, finde ich. Hardholzdien haben wir auch gar nicht mehr so viele. Da können wir auch mal richtig... richtig rein spammen. Hier einfach mal zwei Stacks voll machen. Schieferstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe... Nichts. 193 Kupferstäbe. Ja, weil wir die immer so rauskriegen. Bei den Wiederverwertern. Das ist ja mal episch. Oh, Frozen, ich grüße dich. Muss aber auch Energie aufladen. Habe ich doch gemacht. Habe ich das jetzt irgendwo übersehen, Angie? Ich habe hier noch genug Energie drin. Und, Frozen, Wohnung, fertig. Oh natürlich! Sicher Energie! Gut, die kriegen wir nicht gemacht. Ich guck mal, ob wir noch... Äh... Wo ist denn der Bruch? Was ist der Bruch? Wir sollen doch in den Bruch rein. Was ist denn der Bruch? Was ist der Bruch? Neben dem Radhaus? Ist das hier die... Ach, der Bruch! Ich... Okay. Will ich da rein? Weiß ich nicht. Ist halt ne Quest, ne? Ja, weiß ich nicht. Es nähert sich dem Ende. Ist halt nur die Frage, die Wohnung oder ihr zwei? Was nähert sich dem Ende? Wir... Wir... Wir können nicht mehr. The Breach, tatsächlich. Ich hab die nicht gemacht. Du hast die nicht gemacht? Warum das denn? Ähm... Wir müssen einmal... Ein Ensembler der Randgruppe. Nein, danke. Und so weiter und so fort. Sind das nicht die Bücher, die wir... Oh, guck mal. Da können wir direkt mal gucken. Hier haben wir S geschafft. Hier haben wir kein... Okay. Hier haben wir noch kein S geschafft. Ich geh mal rein, ne? Let's do this! Was? Oh, was? Ich hab keine Ausnahme. Ach du... Skadi, wir müssen ganz schnell... Oh nein, es geht nur vier Stunden verloren, ne? Das schaffe ich zeitlich gar nicht mehr. Ich glaub, pro Trial verlieren wir immer vier Stunden. Dann müsste ich jetzt ganz schnell sein. Und dann klapp ich, glaub ich, vor der Mine zusammen, wenn wir rauskommen. Ich mein, die Mission, die schaffe ich sowieso heute nicht mehr. Das ist egal. Ich... Ich probier's trotzdem. Ich hustle da jetzt rein. So, komm. Zack. Das reicht. Komm, iss schneller. Wir haben keine Zeit dafür. Ich muss dir mal das Essen beibringen, den guten Gutschnitt. Komm Skadi. Komm, dreh dich. Reit hoch. Theoretisch müssen wir's noch schaffen. Dann kommen wir, glaub ich, zwei Uhr dreißig raus. Und werden wahrscheinlich einfach umfallen. Ah ne, halt. Wo ist der Bruch jetzt denn? War das gar nicht gut, was ich jetzt mache? Oh, naja. Dumm ist dumm. So, komm, wir gehen rein. Ja. Los geht's. Rein da. Ich glaub drei Stunden, äh, vier Stunden verliert man, ne? Wenn du in den Bruch eingehst. Ich guck mal. Zwei Uhr vierundvierzig. Ach du Kacke, Alter. Es ist zwei Uhr vierundvierzig. Nein. Tabadum, bäum, bäul, uluuuu. Zerleg die Käste Sehr gut, nächste fertig Warte geht's Sehr gut, jetzt die Käste Das hast du nicht gemacht, Inchi Geh doch fix Alter Kiste Weißt du, wer in die Kiste scheiße Scheiße Oh, wir haben Schaden bekommen Wie traurig Geh doch fix, Inchi Einfach mal reingehen und machen Alter, das ist Rekordzeit, wenn wir da kein S kriegen, weiß ich auch nicht So und die nächste Etage Öffnen Openen Ja, also wir überziehen gerade schon ein bisschen Ich glaube, das wird sogar noch einen Tick länger als 10 Minuten überziehen So, die haben wir auch kaputt Ah, jetzt kommen wir wieder nicht raus Das heißt Inchi hat sogar noch eine Quest offen in dem Spiel Sag dir mal, sie ist durch Was gab's? Eine Techno-Tasse Die gehen wir auf den Sack mit dem Techno-Miss Ja, ist ja ultra gechillt, easy, ne? Ist ja ultra gechillt Das wird definitiv ein S Ein S Und weiter geht's Chilly Millie, Alter Oh nein Oh, dahinter war noch ein Gegner Den haben wir direkt mit eliminiert Habe ich gar nicht gesehen Ich glaube, hier nach uns ist eine Kiste Ist ja viel zu einfach hier Also da bist ja innerhalb von einer Sekunde durchgeratzt So, Boss Da sind wir schon beim Boss Ist das episch Ging schnell, ne? Warte mal, wie viel kann ich denn machen? Noch ein, noch ein Buff Noch ein Buff So, da sind wir schon beim Boss angekommen So, den haben wir auch fertig Haben wir mit S abgeschlossen Perfekt Aber ich habe jetzt nichts bekommen Oder kriege ich das jetzt als, ähm Ich bekomme das ja nicht mal als Reward, oder? Warte mal Kriegen wir das jetzt hier raus? Äh, wir haben nichts bekommen Gegenstände sammeln Admiral Saul Oh nein, hätten wir Oh nein, ich habe halt die ganze Zeit so glitzernde Sachen gesehen Aber hat mir dabei nichts gedacht Hm, das sind die Sachen, die geglitzert haben Ich dachte, wir kriegen das aus Kisten raus Scheiße Wir haben uns sonst hier durchgehasselt Egal, den ersten Gegenstand haben wir ja schon mal Oh nein Verdammte Axt Ja, und als Dank Geben wir jetzt raus und fallen einfach ins Koma Haben wir einfach keine Zeit mehr Na dann Ich wollte nur sagen, Ort verlassen Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen, in 16 Minuten Nach Hause zu reiten Das lassen wir sowieso nicht Scheiße, Digga Ja, das ist mal Ich glaube, das ist der zweite Tag, an dem wir umklappen Das ist der zweite Tag, an dem wir umklappen Scheiße, Alter Errungenschaft freigeschaltet Panda Panda Kind Ja, das ist der zweite Tag, an dem wir umklappen Untertitelung des ZDF, 2020